Hallo, ich bin Simon. Schönen guten Tag meine Freunde. Ihr wisst, dass ich mich schon seit einiger Zeit mit Social Media Marketing beschäftige und eben auch mit Traffic generieren. Ich weiß, dass es unheimlich wichtig ist für große Firmen, aber eben auch für die kleinen KMUs und die Einzelunternehmer richtig in den Markt reinzukommen. Was bedeutet das? Ich versuche zunächst einmal natürlichen Traffic zu generieren. Also ich weiß, dass sehr viele Menschen, die da draußen Geld verdienen wollen mit dem Internet, ein Problem haben. Und das größte Problem ist den gezielten Traffic auf meine Seite zu bekommen. Was heißt gezielter Traffic? Heißt Traffic, der für meine Kunden und meine Anbieter letztendlich die Möglichkeiten anbietet, ihre Produkte zu verkaufen. Und da habe ich drei Methoden, die ich gleich mal anbieten kann. Die erste Methode ist eine Facebook-Fan-Gruppe zu erstellen. Die Facebook-Fan-Gruppe für meine Produkte bzw. für meine Zielgruppe ermöglicht mir sofort kostenlos Menschen sozusagen und dementsprechend auch Kunden und Leads zu generieren für mein Angebot, das ich erstellt habe. Dieses Angebot kann sich auf einem Blog oder einer Webseite befinden. Es kann aber auch ganz einfach nur ein einziger Link sein, der schon auf dieser Gruppe existiert. Also das bleibt offen. Das ist die erste kostenlose Methode. Zweite kostenlose Methode ist, sich in Blogs einzutragen. Und zwar in Blogs, die sehr stark frequentiert werden. Das heißt, es gibt in eurem Bereich, in eurem Nischenbereich, den ihr euch ausgesucht habt, einen Promoter. Es gibt einen Menschen, der unheimlichen Traffic generiert. Also nehmen wir mal in der Modebranche, die Frau Chiara Ferrangi, die großartig ist. Und letztendlich, was jetzt? Nichts mehr. Schluss. Was? Okay, drauf. Kurs.